Was rüttelt denn da an meinem Baum? fragte sie ganz empört. Äh, ich bin Olive. Tut mir leid, ich wollte nichts stören. Ich hab nur so gerüttelt, weil ich ein paar Früchte haben möchte. Denn wir wollen damit saftige Früchte. Sie träumte bereits von ihrem nächsten großen Abenteuer. Gleich kommt... Olive der Strauß. Ben und Hollys kleines Königreich. Die Feenprinzessin Holly und Ben der Elf sind beste Freunde und unzertrennlich. Hier ist alles winzig klein und der Spaß riesengroß. Es gibt Magie, kleine Zauberunfälle und garantiert keine Langeweile. Entdecke diese kleine, wunderbare Welt. Ben und Hollys kleines Königreich. Jeden Tag bei Nick Junior. Nick Junior. Mit Olive dem Strauß können Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen, lernen Probleme zu lösen und erfahren viel über Freundschaft und Selbstvertrauen. Olive ist ein Straußenmädchen. Sie lebt mit ihrer Familie...